Musik Was geht, was geht, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer Flottenrunde um Fortnite und wir gehen hier direkt mal bei einem neuen Ort runter. Da war ich tatsächlich noch nicht. Das heißt, alles neu für mich. Hier kommt auch direkt einer mit. Sogar zwei. Sogar drei. Werde ich mir alle holen. Was liegt da? Was liegt da? Scheiße, das ist nicht. Die sehen denn die Pisten, Leute. Oh, oh. Oh mein Gott. Das hört sich jetzt gerade nicht so gesund an, hier. Hier ist mir zu viel los. Oh, oh. Oh mein Gott. Was geschieht? Wo? Neben mir. Hier. Irgendwo. Da. Digga, hier ist ja... Wie hallo los. Weg. Einfach durch. Huh. Oh, da. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Oh! Wo? Oh! Was macht der meine Taktik? Wo ist er? Ja! Er hat seine Waffe vergessen, geil! Wo ist das Arschloch? Zeig dich! Oh! Da! Oh! 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 Und jetzt versucht er mich zu snipen. Was zum Fick. Schlecht. Hallo. Ja. Stirb. Der Typ hat doch bestimmt keine Muni mehr, hä? Oh. Ein Baum gelandet. Perfekt. Will den. Oh, oh, Lex. Ich hab Lex. Oh, danke. Naja, gehen wir nochmal zurück. Ich hab Lex. Ich hab so fette Lex. Oh, oh. Das geht nicht gut. Oh, Bruder. Ich bin so erschrocken wegen diesem Bot, ne? Warum erschrecke ich mich? Warum kriege ich immer einen halben Jumpscare von Bots? Oh, oh. Lex. Lex. Oh nein. Oh, oh. Lex, ich kann nix machen. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin so tot. Oh ja, danke. Schlammschlacht. Oh, danke, ey. Junge, Junge, Junge. Was geht denn hier ab? Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in großer Gefahr. Jetzt trinke endlich mal den Biggie. Danke. Oh, ja, das läuft immer so bei mir. Vielleicht das Internet. Ja, das ist immer so. Ach, hier. Da sind noch Softpacks. Es ist zwar absolut unnötig, jetzt die Softpacks genommen zu haben, aber ja, ich hab's auch grad gemerkt. Hoffentlich rede ich jetzt etwas leiser. Äh, leiser, länger. Hoffentlich rede ich jetzt etwas lauter. Was wollte ich sagen? Weil im letzten Video hab ich irgendwie mies-leise gesprochen. Das ist mir erst nach dem Schnitt aufgefallen. Oh, ja. Nun, ja. Oh. Oh, oh. Schatz. Nimm mal die Schockwave. Da gehen wir doch hin. In die Schatz rein. Scheiße, mein Bein ist eingeschlafen. Ah, perfekt. So ein Fick. Er trifft auch keinen Hit. Hä? Ah, ein Schafzahn. Mit der Schafzahn kennen wir uns doch aus. Ich hab keine Ahnung von den Perks. Ich nehm halt bei mir irgendwas. Hier waren grad Steps. Ach, Steps, Shots. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich kann nicht. Ich kann kein Deutsch mehr. Ja, hier war jemand. Ich fühle die Anwesenheit eines Gegners. Oh, ich hab sogar recht. Lol. Ja, komm mal runter. Oh. Der ist gut. Er hat so den Jumpscare-Rands. Oh, oh. Ach, perfekt. Nicht getroffen. 21er. Und fast nicht geschockt. Daneben. Ach, er war doch nicht so gut. Egal. Hat der überhaupt einen Hit getroffen? Naja, hat er. Aber auch nicht viel. Hab ich grad ernsthaft gedacht, dass ich diese Waffe hatte? Und dann hab ich die ganze Zeit so gemacht. Oh mein Gott. Ich hätte auch einfach die durchsprayen können, aber egal. Busch-Seating. Hier war auch jemand. Weil hier ist einfach random ne Wand offen. Obwohl daneben ne Tür war. Oh, ist Schlösser. Ah, die exotisch hätte ich gern mitgenommen. Und die goldene auch. Aber leider hab ich keinen Schlüssel. Liegt hier vielleicht noch random Schlüssel rum? Das wär doch jetzt mal geil. Hier ist noch ne Chess. Vielleicht ein Schlüssel. Oh mein Gott. Ich glaub, die ist gut. Ich nehm die doch. Ah, perfekt. Lex. Nice. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Da werden jetzt wieder alle in Gurken. Loot Island. Und wenn die da vorne alle fighten, staub ich die ganz einfach mit meiner geilen Pistole ab. Aber die Pistole ist... Die Pistole ist really geil. Sounds, die mir nicht gefallen. Hier hat auf jeden Fall jemand gelootet. Ganz klarer Fall. War hier schon jemand beim Turm? Ansonsten würde ich wohl gerne wissen, wann die nächsten Zonen sind. Ah, perfekt. Hier war schon jemand. Mann, die weißen Würfel gehen mir auf den Sack. Oh oh, ich bekomm wieder Lex. Mann, warum erschreckt mich diese Loot Island immer so. Ich komm den Leuten jetzt entgegen. Die kommen jetzt nämlich alle von hier. Sag ich so, wie's ist. Oh. Ich hab's predicted. Ich hab's schon wieder predicted, ne? Ah, der ist so. Hat der mich gesehen? Oh ja, der hat mich gesehen. Schade. Schade. Okay, ich bin so fett in den... Popo gebumst. Bump rausholen. Shit. Hi. Worauf hat er geschossen? Hat der mich vielleicht gar nicht... Oh mein Gott. Oh. Meine Fresse. Hab ich mich verjagt, ey. Puh. Oh. War das schlimm. Das war so schlimm. Oh, der Jumpscare war schlimmer als im letzten Video. Sag ich dir ehrlich. Was sind... Was ist eigentlich dieser Löwe da und dieses Sieben? Weiß ich nicht. Weiß ich alles nicht. Oh. War das schlimm. Dammit. Okay. Okay. Oh. Nee. Ich kann das nicht mehr. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ja. Ciao, ciao.